Warnung, die Präzisions-Test hier an Bullen hinter mir sind. Ey, das geht so nicht. Ah, wenn der jetzt nicht klappt, fahre ich den mal andersrum. Viel Spaß, das ist noch beschissener. Hier ist aber ein Auto-Teil irgendwo. Ich komme hier nicht weg, ey, das gibt es nicht. Ja, genau, jetzt kommt der andere Heavy. Ach komm, fickt euch. Der ist nicht mehr allein. Der ist durch. Aber böse, böse DJ. Er macht nur Verbrechen. Verdammt, ich sehe nicht mehr. Ich versuch den jetzt mal andersrum. Mann, könnte ich sich jetzt mal einfach pissen. Was ist denn Stress? Der ist ja viel beschissener. Sei doch. Ich dachte vielleicht so ein bisschen, ja ein bisschen dachte ich mir so, aber irgendwie. Verstand. Du wurdest erwischt. Was? Nö. Ach, enttischt. Okay. So. Ja, ich habe hier, ich habe hier nur so eine halbe Sekunde, wo ich nach oben gucken kann. Wieso muss die ganze Scheiße immer über den Acker gehen? Ja, warum nicht? Weil ich ein Rennauto habe. Ja, ich auch. Und jetzt versuche ich es gerade mit Vollspeed. Scheiße, die. Mir fehlt immer nur ein Tor. Ja, kenne ich. Ich glaube, mein Silber im WTF. Scheiße. Ja, so gibt es mir auch ein fucking Tor. Ja, und bei mir war er sicher, er lasst das den Rennauto ab. Ja. Ich doch auch. Ich mache diesen Scheißpoint. Ich teste auch gerade mit dem Rennauto. Oder bist du schon wieder woanders? Ja. Hä? Wie kann ich jetzt hier kein Blut? Bei den paar Millimetern. Echt. Yeah, Gold. Du. So, reicht mir. Ja, der war gar nicht mehr so einfach mit Rennauto. Ah. Aber ich habe ihn. So, was wolltest du eigentlich vorhin machen? Hier, PVE Missionen. Und was für eine? Ja, ne. Jetzt nicht mehr. Das dauert zweieinhalb Stunden. Ach, du wolltest das Ding vom letzten Mal machen? Äh. Ja. Hätte ich jetzt so gedacht. Nur weniger. Das war einfach mal noch mal probieren. Achso. Wobei, ja. Oh, ich habe hier einen Sp... Hä? Ich habe hier einen Sprungkatz, den ich nur nicht gemacht habe. What? Hm. Ja, gut. Wir haben es jetzt halb, äh, kurz mal halb elf. Ja. Uuuh. Juuuh. Aber sowas von einfach. Tup, tup, tup. Oh, silberfelgen. Ah, ne, nur Felgen. Oh. Hä. kenne ich immer noch mal ja ich mal noch mal kann ja nicht schaden platin reifen geht doch plus zwei und so mache ich mir nebenbei gerade auch fix kohle platin ich will das dinge ich will das ding jetzt auf 1200 haben ja nächste trophy 1259 muss ich drüber kommen nächstes platin teil und was sieben tausend zwei hundert amass der jams oder die ganze zeit den selben er ist so einfach du brauchst nur auf gas zu drücken ja das war ich ganz zum schluss mit einem bis dahin ist noch nicht hingeregt haben sollte irgendwas einmal ja ich war ein bisschen weniger kohle weil schneller kommst du an kein geld dran job meine fresse wieso muss denn hier alles durch den acker gehen na polizei hauswand 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 die gehen kann wird das noch nicht nur nein aber was machst denn du wieder für scheiße okay aber das geht auch immer einfach wo rennkarre tempotest acht ist scheiße nicht tempotest präzisions ok das kann ich hier mal so ist das kann ich hier so vergessen mit dem renner so aber ich will das ist auch nicht auch schon mit dem so ist euch da längst voll Boah, gerade so Gold, egal, reicht. Silber, oh, fickt es auf die Wand an. Sie darf ich auch wieder keinen Fehler machen. Stopp, 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 stopp. Komm mal. Kaa, gibt es ja mehr Trophy, also von daher macht es Spaß. Oltisch. Ich meine, das mit dem Geld ist so einfach gemacht. Gold. Platin. Tju. Banker, nicht so schwer. Geht doch. Stopp, stopp, stopp. Was kriege ich? Tju. Plus Null. Geil. Geil. Neuer Motorkern. Plus zwei. Ah, nee, bremsen. Ups. Fluchttest 3, den muss ich machen. Mit über 1000 kmh müsste der eigentlich machbar sein. Okay, das ist, ähm, okay, komm, scheiß auf Gelände. Oh shit, da kommt ja ne Kurve. Nein. Ey, was macht eine Limousine auf dem Feld? Fahr und fahren. Das sah mir nicht nach vorne aus. Das sah behindert aus. Die kam mir so scheiße entgegen, bin ich erst mal voll rennt. So, versuchen wir uns mal andersrum gleich. Weil ich hab hier keinen Bock. Ach, durch die Wiese kann man ja auch fahren. Dann mach ich das gleich mit Rally. Ich hab dich überholt. Also Rekordgeschlagen meine ich jetzt. Ja, wenn ich mir Mühe gebe, ist das ja wieder was anderes. Okay, ich kann hier bei diesem Fluchttest, kann ich bescheißen. Da müsste ich eigentlich nur die Karne wechseln. Weil wenn du hier Rally-Auto nimmst und fährst du die Wiese, hast du schon gewonnen. Ja, mach halt. Näh. Ich will die Karne jetzt auf 1.250 kriegen hier. Hehehe. Ab durch den Wald mit Nitro. Weh, fahre ich 80 Kilometer in New York. Ich bin so froh. Komm, komm, Gold, Gold, Gold. Gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold. Platin. Ja, komm, Gold reicht. Na, ich hab jetzt so Gold, weil ich bin mit der Rennkarte durch den Wald gefahren. Aber das heißt. Okay. Ich war nicht. Ich war... Ich glaube einfach nur... Ja doch. Ich spare mir jetzt den Lambo zusammen und den geteilt ich doch volle Kanne auf. Mhm. mit auch voller Kanne und schieb komische die Zuse als nächstes Land ist da ich hab hier glaube ich schon wieder Präzision also wäre ich vernünftig würde ich die alle mit meinem Porsche machen kannst du mit dem Lampoman der ist sogar noch präziser naja aber den habe ich ja noch nicht ja ich mach das mit meiner Rennkarre also im Tempo fehlt der nicht Präzision Geil mit Verkehr das wollte ich schon immer haben jawoll Tor 2 verpasst die Platteile hier schimmern doch so komisch ja ok passt auch noch die Reifen drauf ja so langsam oder wat ja wie gesagt da kommt bei dir auch bald eine Trophäe wenn du das so weitermachst die wo ich letztes Mal bekomme ob hier wegen alles voller Platin ach so das ist dein Wegpunkt was ich dort auf der Map sehe kannst du mal deinen Wegpunkt entfernen der nervt Moment der ist nämlich dauernd auf mich ja ich hab mir den jetzt gesetzt weil ich hier zu den Fest sonst nicht hingekommen wäre aber er ist gleich weg oh mein überall scheiß fahren die Autos es geht doch nichts über Gas und Bremse was Bremse was bist du für eine Flüsse geworden ja zu Wegpunkt entfernen Wind Danke Böde Platin passt Cheetah ja Zahn und Platin Auspuff sehr schön Plus elf geil wupp na so längst dann komm ich ja nicht ran ja weh ja kein Wunder wenn ich hier nur Bronze mach hehehe äh ne Gold Gold mein ich so jetzt muss ich doch mal auf Gelände wechseln weil es so langsam nervt ich möchte heute noch mal fertig werden mit dem Test ach ne das war ja der schon wieder fuck der Vorteil ist wenn du den Test schnell abbrechen willst du musst einfach nur die Karte zurück ja ich geh mal auf Start und dann Abbruch warum drückst du einfach das Touchpad das ist ein automatischer Abbruch dann kannst du gleich nach einem neuen suchen warum sollte ich nach einem neuen suchen ich will ja meine schaffen weil früher oder später musst du die sowieso machen ja ich mein wenn du jetzt denkst ja ok scheiß drauf das machst du was ich mit dem Geländekarren oder so und darauf hast du jetzt aber gar keinen Bock sondern ne ach schon so ja da ist der Unterschied kein Bock gibt es hier eigentlich gar nicht ja ich will es auch groß nicht umswitchen weil ich dann erstmal wieder mein Geländekarren aufbock ach shit nicht auf die Kurve fliegen lati juhu ja so langsam läuft bei mir ja und was für ein Teil nice platinaufhängung plus zwölf aaaah ganz knapp so was haben wir jetzt hier noch ja mein Call of Duty Update ist endlich vorbei toll das ist auch genau dann anfangen musste äh wo wir angefangen haben nö ich komm grad raus und huck mir so ein Taxi an ich glaub du ein Spinnst ja der will auch so schnell fahren wie du aber er darf nicht weil er mag das nicht wenn die Passagiere hier ihm das Taxi so voll kotzen ach das geht schon boah ich werde gleich cheaten sobald ich das scheiß Ding hier auf Gold habe gehe ich auf Vakon einer rauf ja ist halt schön wenn gleich neben der Spielekonsole der Vakon ist ne mhm das wird im Sommer vor allem schön da brauch ich mir nicht mal ne Jacke anziehen ja ja glaubst du ich schaff diesen perfekten Test hier ja platin und hab dich wieder geholt Zufall ähm äh Brosse Getriebe was das plus drei Poster hehehe hier was sagt der Mannschaftskurs ich brauch dich für zwei Trophäen Brüller Brüller durch tutel durch die ganze Zeit der Scheißeng Leute wenn ich sie nicht packt aber ich sehen nicht später mir fehlt es auch immer nur an einem vertickten Tor uh platin uh Auswand krasse KG platin plus Auswand ist gleich Checkport verdammt ha es kann nicht sein dass ich diesen Scheiß Test nicht schaffe meine Geländekarre ist so aufgemöbelt die müsste ich eigentlich im Schlaf machen doch eigentlich wenn ich versuche es mit Porsche auf jeden Fall ich habe die komische Trophy mit 24 schon immer noch nicht also das heißt er hat immer noch nie angenommen ja gut es hat ja bei mir auch ein bisschen gedauert also Leute noch einmal und jetzt Porsche schon schon schon